hallo und willkommen zu einem teil um das problem hier noch mal zu erklären ihr seht den biegen wenn ich zurück fahr dann verschwindet der gleich mal mal zurück da war ein bisschen einen moment dauert was da ist er weg und dann fahren wir vor da man natürlich gerade eine stelle erwischt so und jetzt müsste der eigentlich wieder erscheinen und er kommt nicht wieder er ist weg da wird die welt nicht gespeichert müsste eigentlich irgendwo die stelle sein wo ich schon mal eingebaut hat zum testen sieht man nicht keine ahnung wo es ist ja der kommt also nicht wieder und das ist unser problem dann wir können bauen und alles was wir gebaut haben ist weg und das bringt ja nichts wenn du von einer basis weg fährst dass alles weg ist ich glaube hier war das oder so sieht man jetzt nicht aber hier müsste es gewesen sein ja irgendwo hier war das ist nicht zu sehen jetzt gerade so aber ich denke wir warten dann bis ein update kommt ich werde in einem forum schreiben dass da ein bug ist und ich will hoffen dass sie dann reparieren und ja dass dann wieder geht ich weiß jetzt nicht wann ich ein video dann wieder drehen kann aber ist halt in dem moment nicht so glücklich da eins zu machen ok dann danke ich mich fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr in den anderen projekten reinschaut bis dann tschüss chassis hayır ich